Willkommen zu Nichts einfacher als Lachs. Mein Name ist Daniel Matzen. Dieses Mal machen wir gegrittenen Lachs mit Zitronencreme. Dafür brauchen wir natürlich Lachs. Aber zuerst die Zitronencreme. Hier gekochte Kartoffeln. Zuerst stampfen. Dann Knoblauch. Ein bisschen. So. Zitronen-Thinyam. Lecker. Und Zitronenschale. So. Jetzt Milch. So. Rühren. Rühren, rühren, rühren. So. Olivenöl. Das ist cremig. Perfekt. Jetzt den Lachs. Grillen. Nicht vergessen. Ein bisschen Salz und Pfeffer. Lecker. Auf dem Teller zuerst diese Zitronencreme. Dann den Lachs obendrauf. Garnieren mit eingelegten Zwiebeln. Ein, zwei, drei. Und Kräuter. Zum Schluss. Olivenöl. Zum Schluss. Olivenöl. Zum Schluss. Olivenöl. So. Fertig zum Essen. Zum Schluss. Olivenöl. Das ist so. Olivenöl. Untertitelung des ZDF, 2020